Stop it! Nur kurz Autogun wieder. Ja! Oh Gott! Ich muss die irgendwie unter Dauerfeuer halten! Scheiße! Okay. Hm. Aber funktioniert irgendwie. Ich muss mal kurz wieder zum Leben kommen und dich töten. Okay, ich muss nur die ganze Zeit Lanz infatil loswerden. All die Kampfsunnys. Da habe ich vielleicht eine Chance. Du bist mein größtes Problem hier. Ich muss nur Scorpio irgendwie. Ah, da haben sie mich erwischt die Bastarde. Okay. Ich muss nur die Kampfsunnys. Ich muss nur die Kampfsunnys. Ich habe fast keine Munizierung. WTF? Deine Schnauze! Oh gut, ich habe nur noch die beiden. Vollidioten. Die sind beide schrecklich. Woher kommst du denn jetzt? Ist ja klar. Ihr habt ja wieder noch Lanz-Läuter hier. Einen knallharten Pyroman habt ihr jetzt auch noch. Okay. Erstmal. Wow. Wow. Ich habe es irgendwie geschafft. Mal Typhoon zu töten. Kack. Säure Scorpio ist das größte Problem hier. Scheiße. Säure Scorpio. Okay, tötet mich nochmal. Oh Gott, dammit. Du solltest keiner... Du solltest weg sein, du dreckst dummes Geschütz. Was ist hier? Oh Gott, der war fast down. Okay. Wann mal kurz. Wuss? Wuss? Da ist Kyros. Auch immer du schon wieder warst. das geschützt wurde ich um kapitän küros chemie vollposten hier ist irgendwie voll immun dagegen gegen küros hätte ich glaube ich irgendwas anderes benutzen was habe ich denn noch da könnte ich eigentlich schock versuchen mal das ist wahrscheinlich gift immun das ist das problem fahrt ich den kampf gegen vorderpass um einiges angenehmer deswegen gegen kommentar schießt mich tot hey da ist mein autogun ja das tut dir das tut dir wenig war das tut dir weh mein freundlich war das magst du überhaupt nicht oh nein sein autogun ist wieder da ich bin hier gerade in sicherheit fällt mir auf mal ich wünsche jetzt noch transfusionsgranaten weiß ja nicht hierher zu kommen ich bin gerade hier im überleben da ist der da ist mein küros küros fucker bei denn das ist für mich aber das ist ein schild wieder oben der ficker hat mich nicht gesehen ihr wisst nicht wo ich bin ich weiß auch nicht wo ich bin ich bin hier gerade ziemlich sicherheit wird mir darauf ein bisschen das ist nur dein Ingenieur oh Gott oh Gott dammit das ist ein hartnäckiger Kampf hey für dich nur für euch oh Gott dammit das ist ein scheiß geschütztes wieder da das kann mich nicht treffen wirklich gut oh oh Gott dammit oh Gott dammit hallo just my luck just my fucking luck fick dich Kyros fick dich Kyros ernsthaft fick dich oh Gott dammit oh Gott dammit es ist machbar es ist einfach nur ziemlich scheiße Schock macht gerade nicht wirklich was vielleicht Explosionsbolzen hallo hallo ignoriert mich ich bin jetzt hier hinten warum ist der Bastard oder ich kann nur zum mehr für ich kann ihn erledigen ich kann ihn erledigen oh Gott oh Gott das ist noch so ein Bastard noch so eine kackte Speerspitze ist da oben auch noch nein kackte Romane ist da oben auch noch zum Glück kann ich mich hier hinten so gut verstecken alles aufladen oh oh Gott dammit geh down wie du willst es da oben mein Freund danke jetzt noch irgendwie den Landsverteidiger kriegen hey ich will jetzt alles für eine Granate geben oh Gott ich hab bald keine Munition mehr für nichts oh Gott dammit kann das nicht einfach irgendwie aufhören ich kann hier nicht 10.000 Lands spawnen weißt du was ich gerade mache weißt du was ich gerade mache ich hab ja die Sniper so mein Freund hier ist eine Hommage an Daniel wenn ich dich treffen würde und das war ziemlich kritisch ok nochmal 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 ja auf mich zu attackieren oh Gott das spawnt der nächste Vollpfosten wer hat das denn hier wow 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 stop it Paul Pst Paul god dammit god dammit oh 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 tschüss es hätte klappen können hätte klappen können sag ich mal tschüss 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 schießt mich weiter gib mir Bewegungsspeed oh Gott ah ah ich hab's fast geschafft ah das mach ich nicht so im Balance 1 Vergleich zu Pre-Sequel und 2 man hat nach dem Laufen und Springen keine kein Momentum ah ich schaff's nicht mehr das sind so viele Bastarde wie soll ich das jetzt am besten anstellen oh Gott nein nein das ist nicht gerade gorgeous ok ich hab hoffentlich mal kurz Verstaufpause nein natürlich hab ich keine Verstaufpause weil der Arschloch hier ist scheiße hm hm solange Captain Arschkopf da nicht tot ist werden die immer wieder kommen und das ist mein Problem oh Gott so komm bitte danke du Arschloch du kriegst mich jetzt nicht down ah hätt ich jetzt Daniel dabei das wär um einiges entspannter dann könnt ihr seine Skills dass Mordecai die Schilder durch brechen wir hätten nicht so Probleme oder ich hätte keine Probleme wow 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 Arschloch oh Gott dammit wie mach ich das jetzt am besten ah das geht sich so nicht aus das geht sich so nicht aus hm ich könnte ja kurz mal den hier machen das könnte eventuell klappen das könnte eventuell klappen das könnte eventuell klappen oh Gott oh Gott oh Gott dammit oh Gott dammit mein Spatze da hast du dich in irgendwas rein gerettet dass da ein Captain Arschloch noch da ist oh Gott ich will sie nicht totkriegen oh Gott dammit oh Gott dammit ah ah ok nochmal mal auf gut Glück hier Autogun die Müslatten den schieße ich mal so warte da ist der Kampfstani dich versuche ich zu erledigen ich muss den Kampfstani loswerden ich den Kampfstani treffen würde na Gott dammit oh Gott ich bin hier gerade so hoch konzentriert daran den Kampfstani zu töten man tut mir leid wenn das Kommentar mir gerade flach fällt aber ich will diesen Bastard hier tot haben ähm was haben wir denn jetzt wie überlebst du die ganze scheiße ok oh Gott ich spawn auch hier drin nein 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 stirb du Bastard pfff 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 scheiße scheiße pfff komm mir jetzt einfach hier dieses Awesome Mordecai Poster an pfff Another Million for the Nine Bird. Ja. Das Lilith. Lilith hat Brüste, ja. Ja, ja, ja. Und Scheiß-Lands-Infanterie spawnt gerade hier drin. Mein Glück. Mein Glück. Alter, hab ich keine Munition mehr. Ja, das wird noch geiler. God fucking damn it. Die sind so viele Lads-Typen gerade eben. What the fuck? Das ist ein Devastator jetzt. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Ich bin am Arsch. Leute, ich bin am Arsch. Oh. Ich liebe es. Ich liebe es. Das ist scheiße. Da ist mir scheiße egal. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Das ist so kacke. Das ist so kacke. Nein, nein.